Hey Zellen und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo und das Infovideo mache ich nicht alleine, sondern wer ist noch dabei? Ich, ich bin dabei. Hallo zusammen, es sind Ferien und wir gehen in die Ferien. Das bedeutet leider werden in der nächsten Woche oder zwei Wochen keine Videos kommen. Ja, also der Faible ist jetzt schon eine Woche weg. Bleibt noch zwei Wochen. Ich gehe jetzt zwei Wochen in die Ferien, der Drömmel geht eine Woche. Ich weiss nicht, ob der Drömmel noch ein Video macht. Jetzt sehen wir ihn. Ich hoffe, ich muss schauen, ob er zukommt, aber ja, ich weiss nicht, ob es reicht. Aber ich probiere auf jeden Fall noch ein Video zu machen und sonst halb zwei Wochen wieder. Ja. Das war eigentlich schon. Nein, das war es nicht. Also. Das Gameplay. Warte mal, das muss ich einfach erzählen. Das ist so. Ich habe mir MB3 gekauft. Ich weiss nicht, lass mich jetzt für das... Ich habe mal X gespielt und er sagte, er hat mir so eine gute Freude gefreut. Ey, ich habe... Ey, ich habe... Ey, ich habe... Ey, ich habe... Ich habe einen Teil von Moabi und so. Na gut, okay, das können wir dann mal aufnehmen. Dann können wir das hier mal... Ähm, Fable zur Verfügung stellen. Dann kann er sicher, wenn er mal ein Video macht. Gut. Kino-Modus. Ah ja. Ja. 2 Minuten 30. Okay, das ist nur 2 Minuten 30. Ja. Äh, Host Migration zwischen... Gut, die letzten 3 Kills vom Up sind dahinter. Der Rest nicht. Scheisse! Äh! Nein, Mann, ey. Das haben wir dann auch... Das haben wir dann auch... Das haben wir dann auch... Das ist... Das ist... Oder der freust dich so richtig so... Ja! Und dann... Ja, das ist wirklich cool. Oder ich bin auch so irgendwie ein bisschen im Zocken gewesen, so ruhig. Dann hat der Jeno plötzlich so... Still! Still! Dann hat er lange nichts gesagt, gell? Dann hat er plötzlich... Ja! Moab! 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 Und dann hat er zu Kizze gefreut. Dann bin ich mal offline gegangen. Ein bisschen später komme ich online und so... Oh, hast du dich von dir Moab erholt? Dann hat er so... Ja, super! Dann hat er es nicht aufgenommen. Ja, genau! Ja... Ja... Soweit zu dieser Geschichte. Und... Der weiss, dass du sie nicht... Ja... Mittlerweile ist auch das Gameplay schon fast fertig. Ja... Jetzt ist es gerade fertig. Super, also... Ähm... Ja... In diesem Fall nur, dass ihr Bescheid wisst. So schnell wie möglich kann bei Videos. Aber wie gesagt, die nächsten 1-2 Wochen wird nichts kommen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss zusammen! Ciao! Ciao.